Ihr wolltet schon immer wissen, wie man Bettwanzen sucht und wo man die findet? Kommt, ich zeig's euch mal. Also zuerst immer das Lattenrost prüfen und guck mal, hier sind schwarze Punkte. Hier sind schwarze Punkte. Seht ihr das? Und jetzt mach ich mal mit feuchten Fingern. Fahre ich mal rüber. So, seht ihr? Der verwischt. Und das ist eindeutig Bettwanzenkacke. Hier genauso. Und jetzt verraten die sich, wo die sitzen. Oh, guck mal, da ist sie. Die sitzen hier. Schön versteckt. In den Lattenosten. Guten Morgen.